Wir wollen ab 18 animiert sein könnte sagen dass ich mich aktiv muss wir ich gar keine an wir konnten notion cock wo stehen ich muss einfach mal Total. Ich muss vielleicht auch mal ähm, das hier mit dem hier und dann kombinieren. Das hier mit dem hier und kombinieren. Ähm. Sehr gut. Jetzt haben wir ein paar davon. Okay, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Und rein hier! Au! Scheiße! Keine Ahnung, einfach mal trinken. Komm schon, kratzt ab, kratzt ab! Yes! Sehr gut, und hier sind die Leute. Äh. Die wir alle inspizieren müssen oder sowas. Komm, jetzt nehmen wir schnell die Axt. Au! Verdammt! Ah, Mann, weil ich die... Ach, wie stecke ich die denn weg? Oh nein, ich muss ins Wasser, ich muss ins Wasser, ich muss ins Wasser. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben wir das auch geschafft. Ähm, du liegst direkt auf einem Koffer, das ist nicht so nett. Ganz viel Geld überall. Alles mal mitnehmen hier. Und hier, die Koffer, komm schon. Snacks. Nein, leider keine Snacks. Komm schon! Nein, nur ein Ball. Will nicht Ball spielen. Na, komm, nimm die Axt, nimm die Axt. Wir müssen was essen. Mein Lieber. Da! Yes! Hallo? Inventar? Spinnst du wieder? Ach, ich hab's gar nicht aufgehoben. Okay, gut. So, hält leider nicht ganz. Was essen, äh, also den Hunger stillt ist auch nicht komplett. Schade. Aber jetzt müsste es passen. Sehr gut. Jetzt schauen wir mal hier so rum, was es hier so zu finden gibt. Irgendwo soll es ja hier die Mega-Axt geben. Geben. Hab ich geben gesagt? Das ist schon richtig. Okidoki. Irgendwo bei der Tür, haben die auch gesagt. Kann das sein? Lieg ich da richtig, ja? Weg mit dem Ball. Hey, hey, hör auf auszugehen. Nur weil wir unter Wasser sind. Hey, komm schon. Ach, das ist der Ball, den ich grad weggeschmissen hab. Oh, oh. Ja, ich hab die Super-Axt. Ey, wie geil ist das denn? Und die freuen sich auch gerade für mich. Sehr geil. Kann ich nicht die Taschenhandel benutzen? Ah, geht doch. Schon mal weniger Probleme hier. Geil. Wir haben jetzt auf jeden Fall, ähm, die Super-Axt gefunden. Das ist doch schön. Und hier müssen wir jetzt die ganzen Passagiere jetzt untersuchen, oder was? Ja, hier oben, guck. Da, zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Hier sind noch ein paar. Komm schon, schau sie dir alle an. Man, du hast doch bestimmt ein paar übersehen hier. Okay, okay, hast du alle angeguckt hier? Da noch hier. Zack, zack, zack. Aber ich muss auch noch springen, damit er sie überhaupt erkennt, ey. Wollt ihr zu weit weg sind, oder was? 38 haben wir. Ich hab schon wieder gleich Hunger, ey. Okay, ich bin mit Blut. Scheiße, ich bin mit Blut bedeckt. Das heißt, wir müssen unbedingt gleich irgendwie Wasser aussuchen. Oh, ich fülle hier wie ein Beklopp da in einer Dingsbums rum. Das ist... Komm schon. Ja, 45. Schön, wie er auch einfach nur beide identifizieren kann. Wahrscheinlich sucht er einfach nur seinen Jungen. Kann das sein? So. Okay, ich hab bestimmt nicht alle gefunden. 100% ich nicht. Egal. Gehen wir weiter. Liegen hier noch irgendwelche Koffer rum? Hm. Na, du liegst auf einem Koffer. Ich möchte aber nicht von dir zerplatzt werden. So. Und, was haben wir hier? Haben wir einen Snack? Nein, leider keinen Snack. Okay, okay. So. Nein, 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 nein. Ich will das andere nehmen. Achso, ich kann beides nehmen. Gut. Kämpfen wir uns mal hier durch. Wo geht's denn da rein? Da ist wahrscheinlich ein Bug. Ich möchte mich jetzt nicht verbacken oder sowas. Nee, nee, nee. Hatte ich nicht zwei Snacks gefunden? Das ist eine Lüge. Ich wurde verarscht. Hey. Lass mich durch. Lass mich. Lass mich. Darf ich hier noch gar nicht rein? Weil hier sind ja diese blöden Vagina-Monsters oder so. Mein Sohn? Nein. Oh. Hey, hier. Oh, Junge. Au. Ah. Au. Oh, nein, 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 nein. Ich will meine Axt behalten. Ich will meine Axt behalten. Scheiße. Weg, 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 weg. Oh, nein. Oh, nein. Ich backe fest. Oh, nein. Nein, 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 nein. Lass mich raus. Komm schon. Wieso bewegst du dich nicht? Ich darf hier noch sein. Ich darf hier nicht 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 sein. Nein, 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 nein. Wir gehen jetzt raus. Wir haben jetzt die Super-Axt gefunden. Damit können wir jetzt bestimmt schneller farm, oder? Meine Taschenlampe wird auch ganz schwach. Ich nehme die jetzt erstmal hier. Okay, auf geht's. Raus hier, raus hier. Komm schon. Ist da noch was drin? Nein, leider nichts. Nein, auch nichts. Nimm das Feuerzeug. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Raus hier. Hier geht's raus, oder? Gut. Schnell, 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 schnell. Nee, wir haben leider keinen Schneck oder sowas. Wir haben die Super-Axt gefunden. Das ist richtig gut. Und da außen ist es hell. Auch sehr gut. Komm. Und. Ah. Ah. Da ist meine Hütte. Alles klar, dann gehen wir dort jetzt hin. Und hoffentlich treffen wir auf keinen... Wir sind gleich tot, ne? Einschlag und wir sind weg. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwie Nahrung suchen. Ähm. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Wenn wir jetzt einen Hasen finden, können wir jetzt schnell einfach, ähm... Na, sag's schon. Einfach schnell ein kleines Lagerfeuer machen und dort dann rumgrillen. Das ist gar kein gutes Zeichen. 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 Hasen. Aber die machen ordentlich Schaden, ey. Wir brauchen unbedingt mehr Rüst. Ne, kann ich nicht essen, ne? Oh, sag mir mal, welche kann ich essen hier? Survival. Statue, blub, 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 blub. Eatable. Äh, over. Ah, okay. Gut, gut, gut. So sehen die aus. Toxic. Mhm. Bäh. Glaub ich. Wahrscheinlich konnte man die essen. Nein, die sehen aus wie Ärsche. Nein. Auch nicht. Auch nicht. Sag mir nicht, man kann die essen, ey. Sag mir nicht, man kann die essen. Sind das die? Kann man die essen? Indigo-Collar. Black-Collar. Und. Das ist doch nicht black. Oh, hör auf. Hör auf, ey. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Da ist einer von denen. Schnell außenrum. Schnell außenrum. Okay, das Ding können wir jetzt hier ausmachen. Brauchen wir jetzt nicht. Mehrlichen Tage. Ich würde gar nicht wissen, wie schnell wir jetzt das hier fällen können. Immer noch gleich lang. Na gut, der ist riesiger. Scheiß drauf. Ähm, unsere Hütte da. Müssen wir einen kleinen Umweg gehen. Sehen wir mal diese riesen Bäume an hier. Ah, sieht schon hübsch aus. Spannend. Puh. Spannend, spannend, spannend. Ich höre aber Hugen, ey. Mist. Komm, 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 komm. Und gleich geht's bergab, oder? Und dann haben wir unsere Hütte erreicht. Aber dennoch haben wir nichts zu essen hier. Essen? Okay. Pilze, einfach so können wir essen. Sehr gut. Halt uns das auch ein wenig? Ja, das halt uns ein wenig. Sehr gut. Schlaf, Kindchen, schlaf. Ich habe eine Axt. Diese Axt spaltet gleich deinen Kopf in zwei. Lauf, Kindchen, schlaf. Geht, hoffe ich auch nicht essen. So, hier geht's jetzt nach unten, zu meiner Hütte. Komm, das kriegen wir hin. Können wir die essen? Ah, Mann, wo sind denn die? Verdammt, komm, komm, gleich sind wir da. Ich möchte nur noch meine Hütte erreichen für diese Folge. Und dann können wir in der nächsten Folge mit der Axt ein wenig rumtesten. Aber anscheinend macht sie nicht so viel Schaden. Oder an Bäumen, also Fällen, ja. Also, das werden wir noch gleich lang brauchen. Okay. Ich hoffe, es haben sich jetzt keine blöden Kannibalen bei mir reingesiedelt. Und außerdem habe ich ja hier jetzt diese Pflanzen gefunden. Kann ich die da jetzt pflanzen? Oder sind die automatisch dort gepflanzt? Komm, 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 komm. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Alles anzünden, komm. Hungry, find something to eat. Ja, versuche ich ja die ganze Zeit. Ach, guck mal hier. Jetzt habe ich die angepflanzt. Super, okay. Gut, 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 gut. Es regnet, aber trotzdem mal anzünden. So. Und. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt unsere Hütte fertig kriegen. Weil ich glaube, die würde ich jetzt cheaten. Ja. Gut, Freunde. Dann schlafen wir jetzt eine Runde. Ähm, noch eine Runde. Es ist Nacht. Wirst du langsam hell? Alles klar. Und dann sehen wir uns am helllichten Tage wieder. In the forest. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer Harley.